Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu den Digimon Adventure Episoden, dieses Mal mit Episode Nummer 27, Das Tor zur Welt. An dieser Stelle möchte ich auch gleich noch erwähnen, dass ich verdammt froh bin, dass ich keine Japanerin war, da die ziemlich gespoilert wurden, weil nach dieser Episode das zweite Ending kam. Und ja, da hat man zum anderen Lillimon, Tsurumon, Magna-Angemon, Magna-Angemon, Kari, Salamon, Gatomon, Wargreymon und Metallgerurumon gesehen. Ich sage mal so, bei Lillimon, Tsurumon, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Magna-Angemon vielleicht auch nicht unbedingt. Aber gerade das mit Kari und Gatomon ist doch irgendwie extrem fail. Ich meine, schließlich geht es doch die ganze Zeit darum, dass es noch einen achten Digi-Ritter gibt und wer könnte das sein? Und ja gut, wenn man eigentlich Japaner wäre und nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, hätte man das, wenn man den ersten Film im Kino gesehen hat, wahrscheinlich sowieso schon gewusst. Und wenn man sich an Folge 21 erinnert auch, aber naja, Gatomon taucht hier zum ersten Mal auf und dass man dann auch den Partner schon gleich dann zeigt und dann weiß, uh, guck mal, das ist ja sowieso ein gutes und die Mega-Level, also ich finde das schon irgendwie scheiße. Ich weiß nicht, als Kind hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh, cool, aber wenn man dann doch ein bisschen älter ist, denkt man dann irgendwo im Nachhinein, ja, super, jetzt habt ihr mich gespoilert, danke. Ja, die Folge ist eigentlich einer der besten Beweise, dass bei Digimon Adventure manchmal wirklich schon ziemlich krasse logische Fehler drin sind in der Story, wo man sich am liebsten, wenn man älter ist und genauer darüber nachdenkt, den Kopf gegen die Wand hauen würde. Ja, fangen wir damit an. Genai und die Kinder sind quasi vom Iotismund Schloss und ja, Genai hat ihnen dann da so ein bisschen auch erzählt und so, von den achten Digi-Ritter und so und erstmal ist hier der erste Fail, er weiß nicht, wer das achte Kind ist. Wir hatten ja schon mal, dass er auch nicht wusste, wer die Kinder ausgewählt hat. Wie wir ja später wissen, bei Bilder aus der Vergangenheit ist es so, dass Genai zufällig einer mit diesen anderen Wesen da so ist, der sie ausgewählt hat und der damit auch eigentlich wissen müsste, wer das achte Kind ist. Das weiß er hier aber nicht. Natürlich wissen wir heutzutage, dass der Autor sich quasi gesehen nur vorgearbeitet hat, quasi von Episode zu Episode lang gehandelt hat und sich gar keine Gedanken auf spätere Episoden gemacht hat. Trotzdem ist das einfach nur ein Fail. Meiner Meinung nach hätte man später sich fragen können, hä, wenn Genai uns ausgewählt hat, warum wusste er da nicht, wer es war? Warum wusste er nicht, wer der achte Digi-Ritter war und man hätte es abtun können, dass ihm Daten oder irgendwas anderes abhandengekommen sind, weil wir ja wissen, dass Pietmon ihnen später was in den Nacken steckt. Naja, das erstmal an dieser Stelle. Ja gut, dann geht es natürlich erstmal ein bisschen humorvoll weiter, indem Palmon und Argumon eben Punk-Argumon und Engel-Palmon, also sich dafür ausgeben und sich bei Nanimon, seiner super tollen Kampftruppe, die nur aus Numemon und Sukamon besteht, eben zu einschleusen, weil sie eben eine Möglichkeit sehen wollen, die anderen mit ins Schloss zu bringen. Ich frage jetzt einfach mal, warum ist nicht Biomon zu Bördramon digitiert oder Tentomon zu Kabuterimon und warum sind sie nicht einfach oben rüber geflogen? Klar, sicher, wäre bestimmt hier und da auffällig, aber ehrlich, das mit Argumon und Palmon ist seltsam. Außerdem verstehe ich in diesem Moment nicht, warum Argumon, weil es das Haupt-Digimon ist, also sprich, das Digimon vom Anführer, weil Palmon ist klar, Palmon kann die anderen mit giftiger Efeu hochziehen, aber Argumon? Naja, jedenfalls Nanimon. Ich habe mich früher immer gefragt, was das sein soll, aber irgendwie sieht es ja aus wie so ein Mensch. Naja, gut, der Name ist ja logisch Nanimon. Was Monster? Logisch, ne? Ja, jedenfalls, es ist schon ein bisschen amüsant, auch ein bisschen albern im Nachhinein und letzten Endes ist es dann hacke-dicht und die beiden können halt die Kinder da reinschleusen. Die trennen sich dann, schauen sich so ein bisschen um und man merkt, dass dieses Schloss ziemlich verzerrt und seltsam ist, allerdings geht man ja nicht mehr mal genau darauf ein. Interessant war da vor allen Dingen auch, da war so eine Tür und da war so ein richtig dickes Schloss dran und Joey war der Meinung, das muss ein sehr wichtiger Raum sein. Würde ich auch denken, wenn da so ein Schloss dran ist. Ja, aber sie sind dann halt weitergegangen und letzten Endes wissen wir nicht, was dahinter war. War es wirklich wichtig oder eben eher nicht? Naja, okay, jedenfalls geht es dann eben, also in dem Punkt ist es so, dass Miotismon, der wusste ja von diesem Tor zu der anderen Welt, was da in seinem Schloss drin ist und der hat die Existenz eben immer geheim gehalten. Ja, und durch Magie schafft er es dann halt natürlich auch, also durch Karten und Magie weiß er halt, dass man das öffnen kann. Ja, und wie gesagt, da sehen wir auch zum ersten Mal Gatomon, das sich kurz mit Demi Devimon so ein bisschen in die Haare bekommt. Wir bekommen auch den Eneliza und das war es dann eigentlich erstmal mit denen. Ja, und als dann eben später Miotismon mit der Magie das Tor öffnet, kommen die Kinder dann genau in diesen Raum rein und wollen eben, ja, ihn daran hindern, dahin zu gehen und ihm auch folgen. Also gibt es natürlich wieder massenweise Digitationen und Kämpfe. Ja, gut, ähm, Gatomon ist, obwohl es relativ klein ist, ziemlich stark und kann die Digimon ziemlich lange aufhalten. Warum Demi Devimon nicht gleich hinterher in das Tor geht, keine Ahnung, ähm, Patamon versucht es aufzuhalten, aber naja, es gelingt ihm sowieso nicht. Warum Patamon jetzt übrigens auch nicht digitiert, ist so meine nächste Frage. Verdammt, ich meine, da ist es schon Patamon und da kommen dann die Devidramon und das sind böse Drachendigimon mit dem Typus Virus. Patamon, warum bist du nicht digitiert und hast mal mit Kraft des Lichtes die alle erledigt und ihr werdet da hingekommen? Äh, ja. Weil die Folge eigentlich nur darin besteht, damit wir a. wissen, u. da ist das Tor zur realen Welt, Spannung aufbauen und eben damit wir das auch mit dem Steintisch wissen. So laut Motto, ja, so könnt ihr das dann öffnen. Klar, an sich ist das aber mit dem Steintisch auch so eine Sache, weil wären sie jetzt gleich hinterhergekommen, hätten wir darauf auch verzichten können. Also ist es eigentlich nur zum Ziehen. Hm. Ja, was jetzt auch interessant und eigentlich ein Fehler mit ist, naja, Miotismon geht in die reale Welt, um den 8. Digi-Ritter zu finden und diesen zu töten. Aber jetzt eine ganz kurze Frage. In der vorigen Episode, 26, sagte Miotismon selber, dass die Kraft von 7 Digi-Rittern nicht ausreichen würde, um die Macht, also die dunkle Macht, besiegen zu können und die Digi-Welt zu retten. Wieso geht er dann eigentlich in die reale Welt und versucht den 8. Digi-Ritter zu finden? Er könnte doch dann einfach die 7 Digi-Ritter platt machen, weil sie ohne den 8. doch sowieso nichts sind. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Jemand, der da jetzt irgendwie eine Erklärung hatte, solle mir die mal nennen, also nennen, die auch wirklich Sinn macht irgendwie, ne? Weil ich finde, es ist unlogisch. Naja, jedenfalls kamen dann eben so ein paar Kämpfe und sie haben versucht, die Digi-Ritter-Mon aufzuhalten. Sie haben hier und da eins besiegt. Komisch finde ich auch, Greymon digitiert zu Metall-Greymon, ein Gigaschlag, zwei Digi-Ritter-Mon weniger und er digitiert sofort zu Koromon zurück. Aha, nach einer Attacke. Naja, ganz knapp, bevor Tai durchkommt, schließt sich halt das, also das Tor halt und die Kinder müssen wieder abhauen. So. Das Einzige, was ich übrigens in der deutschen Version noch sagen kann an dieser Stelle, ab dieser Episode sagt Greymon die ganze Zeit über Mega-Flamme, wo er doch Feuer, Mega-Feuer immer sagte, abgesehen von Folge 5. Ja, ich finde diese Folge zwar schon ein bisschen amüsant, allerdings durch Genai und Miotismon, das macht alles irgendwie keinen gezielten Sinn und daher, ich finde die Folge ist zum Ziehen da und auch wirklich unlogisch. Ja, wie seht ihr das? Wie fandet ihr das mit Nanimon? Fandet ihr das eher albern und überflüssig? Wie hat euch das mit Punk-Argumon und Engelpalmon gefallen? Ja, und wie findet ihr die Sache mit Genai und Miotismon, dass das eigentlich schon unlogisch ist? Oder habt ihr jetzt gedacht, oh, ist mir gar nicht aufgefallen? Oder ja, denkt ihr halt einfach, ist doch gar nicht so schlimm? Ja, schreibt es mir in die Kommentare.